Und hervorragende Ausgangsposition für Fernando Alonso, ein dritter Platz ist es P3 für dich heute, P3 für dich heute ist natürlich toll, aber nach dem, was wir von Max gesehen haben gestern, wird das sicher spektakulär werden. Was ist denn für dich drin heute? Das realistische Ziel, würde ich sagen, ist Top 6, Top 7, die Mercedes. Die sind natürlich bei der Race Base am Sonntag sehr stark und der Max, der wird ziemlich schnell da ankommen. Top 6, Top 7 ist das Ziel. Was wird entscheidend sein heute? Wo entscheidet es sich? Es ist für euch natürlich der Spaß, Max da zu sehen, wie er sich von hinten durchs Feld pflügt, aber ich will einfach Spaß haben, will das Rennen genießen, das kann natürlich in Kurve 1 auch ein bisschen Action bedeuten. Und wenn ich da das Rennen führe, okay, dann fahre ich aggressiv. Dann wünschen wir alles Gute. Da dürfen wir uns auf einiges freuen, glaube ich, wenn es schon am Start Spaß prognostiziert wird. Zurück zu euch. Danke. Danke. Danke.